Hallo und herzlich willkommen, dass wir wieder bei Rainbow Six Siege Diesmal wieder mit Julien Hallöchen Und Kain Genau, mit mir noch dabei ist, stimmt Mich habe ich ganz vergessen Wir haben übrigens unseren Clan-Tag geändert, nur bei mir hat er es nicht übernommen Naja Verschnitt Die haben das geändert hier Ein FPS-Zeit schlechter geworden inzwischen Oh, meines Hallo? Ich habe über 120, 130 hatte ich gerade eben Ich habe hunde, ich spiele jetzt nur noch mit 150 Bestätigt, die Geisel wurde lokalisiert Das ist ja wenig Ich bin erster Ich versuche noch auf eine Stütze zu kommen Ich gucke mal, da ist einer draußen Ja, schon gesehen Einer läuft dahin Warte mal, ich bin... Ist weg Tja, mein Freund Nicht so Einer ist, glaube ich, links, oder? Nee Oh, mein Gott, jetzt legt aber los, wa? Oh, scheiße, ich komme hier nicht rein hier rum Oh, ich komme mal hoch Oh, ich halte mal die Tür im Blickfeld Oh, von hinten, Alter, Leute Wo hängt ihr denn da alle rum, Alter? Ich hänge draußen Ich habe gar nichts aneinander machen, Alter Die hängen ja alle an der Tür Ja, das ist doch kacke Nur noch ein Gegner übrig Die Kavailer, die rennt draußen rum Draußen? Ja, außerhalb der Geiselriftzone Achso Das war sie eben, sie hat nicht irgendwas getötet Einen der, sonst hätte sie Snatch gehabt Ja, sie ist drin Ist nur einer übrig? Ja Ja, die muss drin sein War einer rein, Alter Huch Neun Beschuss, Geisel am Boden Na, wer war's? Oh, die Geisel stirbt nicht Hinten durch, hinten durch, hinten durch Kannst du nicht sehen Wieso stehe ich denn da? Ich sehe nichts mehr Geisel ist stabil Sehr schön Neutralisiert, eigener Druck erfolgreich Nur nix gemacht und trotzdem ist er Tja War nicht schlecht Aber durch den ganz rum Scannen da, bei dir So, wen nehme ich denn da? Halt, fahr mal. Ach doch. Rock. Jawohl. Gepäckraum, sicher? Nö, ich wollte über Gesprächsrundsraum eigentlich. Nö, ich habe Gepäckraum gewählt. Ich habe jetzt über Gesprächsrundsraum gewählt. Ein Fehler. So, aber sowas von. Simba Taka. Dr. Havok haben wir auch schon mal gegen gespielt, meine ich. Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigen. Schutzplatten einsetzen. Die Katrone hat die Geisel localisiert. Auf Andro zu bereiten. Nur noch 10 Sekunden. Kamera in Position. 5 Sekunden. Achtung, die Gegner haben Sichtkontakt zu Geisel. Ich mache wieder mal ein Special Point hier. Störsinn, er wird aktiviert. Ich will die ganze Zeit hier, äh, die, das E gedrückt halten für nach links oder rechts beugen. Weißt du für wieso? Setze Nitro Endcard. Bist du noch da? Bist du noch da? Ja, ja, ich konnte drüber. Achso. Du stehst da scheiße. Wieso? Ich stehe gut? Ja, aber ich habe keine Rückendeckung dann. Muss ja nicht. Dreh dich um. Hat er nass so Rückendeckung. Ja, ne, habe ich auch nicht. Du musst hier mal die Treppe absafen. Ich bin doch hier. Ja, naja, egal das halt. Aber wie schleicht man nochmal? Vielleicht von, ne, unten, glaube ich, unten. Pass auf. Hä? Ach, die hat ne Shotgun gehabt, ey. Wie ist denn die so schnell da durchgelaufen? Keine Ahnung. Die ist eigentlich, äh, langsam gelaufen. Die war auch halbtot. Ich hoffe, sie hat auch von denen erwischt, aber... Da war es aber nicht gut genug. Ja, weil du doch da warst. Ja. Hallo? Von da sieht die an einen immer von auf der Seite. Ich hoffe, aus irgendwelchen Gründen, äh, Feind ins... Hier, da kommt einer die Treppe hoch. Sehr schön. Die sind links bei dir schon. Ja, nein, erwischt. Der ist es da noch. Das ist das Problem. Schafft er nicht. Na ja. Kann dir mal noch markieren, Alter. Letzter verbleibender Gegner. War sie da nicht grad? Ja? Ne, doch nicht. Und da hinten, kannst du nicht markieren, Alter. Oh. Wenn er alleine ist, wäre gut, wenn man markiert. Boah. Sehr schön. Good work. So will ich das sehen, Junge. Wann finden Tiger? Richtig. Was da wegen Team, äh, Spronkels auch. Ja. So, ich wieder, ich nehm wieder Glas. Kann ich euch ein bisschen Rückendeckung geben. Die kommen jetzt eh nicht mehr raus. Ja, ich mach ein bisschen, ein bisschen heran. Geh ich mal hinten? Ich geh hin. Nee, doch, Haupt. Hm. Hier müsst ihr die Geisel lokalisieren. Bestimmt die Kelle. So ist alles gut. Also wieder vorne. Schon mal nicht unten. Wir sind vorne. Ja, bis wieder am, am rummachen. Zehn Sekunden bis Einsatz. Ich mach vorne das Fenster auf, okay? Rettungsversuch kann beginnen. Geiselchen müssen uns sichern. Ja. Mine, achten links. Ich weiß nicht. Wo kann ich gehören? Mist. Noch ein Gegner. Ich weg die Magazine. Die Trottel. Ja. Weil die Trottel waren auch, zwei Stück waren nach vorne drin. Ich hatte euch mein Rücken frei. Ich soll reingehen. Da kommt einer. One is coming. Sehr schön. Oh Mann. Eigener Togart Gegner eliminiert. Ich bin auch noch Erster. Ich mach ja nix, Alter. Außer mit der Drohne rumfahren. Aber diesmal war es nicht dein Kill. Du hast auch, wie viele hast du weggeholt? Zwei Stück. Direkt am Anfang beide. Die waren vorne im Cockpit. Ne, nicht unter dem Cockpit. Und so. Ja, ja, ja schon. Nehmen wir mal Mira mit. Mach das. Mir da. Ich soll gucken, wo ich die Kameras hintue. Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sicher. Kamera in Position. Hm. Zeit für eine Wohnungsrenovierung. Kamera aktiviert. Buch. Schlag ist harte eingesetzt. Es bleiben 10 Sekunden. 5 Sekunden. Nacht. Stöte aktiviert. Die Position der Geisel ist sicher. Scheiße, die kümmern auch keiner zu. Aber ich glaube, da wäre schon jemand oben gewesen. Ne. Oh, okay. Stöte aktiviert. Stöte aktiviert. Lade nach. Sieht aber auch schlecht, ne? Ja. Man muss etwas zerstören, um zu gewinnen. Letzter verbleibender Gegner. Fats. Ah, du hast ihn nur überholt, Alter. Echt? Nein, ja. Oh, hat recht schon? Ja, das war's schon. Wahnsinn. Na dann, sag ich mal. Bis zum nächsten Mal. Genau. Bye, bye. Ciao.